Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Pinewood Drive. Wir sind bei Tag 16 angekommen. Schon mal die Hälfte von den 30 Tagen, die wir überleben sollen. Es gewittert wieder draußen. Ich habe vergessen, was wir das letzte Mal machen mussten. Ich glaube, wir sollten rausgehen. Kann das sein? Oder so? Ich bin hier schon wieder drin und würde am liebsten wieder aufhören. Nein, Spaß. Das machen wir natürlich nicht. Wir müssen auch immer noch den Schlüssel zum Friedhof finden. Okay, hier draußen renne ich jetzt einfach mal, weil das dauert ja sonst ewig. Ja, ist mir voll egal, die Musik. Echt gerade. Die kann mir überhaupt keine Angst einjagen. Zumindest nicht hier draußen. Und noch ist es sehr hell. Noch. Geht aber nicht auf. Nö, nicht auf. Nö. Warum ist überhaupt auf einmal der Leuchtturm an? Geht denn? All right. Hey. Hallo. Los geht der Spaß. Ich habe auch schon wieder vergessen, welche Türen wir auf hatten, welche nicht. Also wundert euch nicht. Ich muss einfach alles ausprobieren jetzt. Zu. Offen. Aber hier war noch zu. Genau. Zu. Alter. Was soll das? Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Meine Fresse, ey. Könnt ihr doch nicht machen. Meine Fresse, ey. Alter. Alter. Das fängt ja schon mal super an, echt. Ach. Ah! Scheiße! Ähm. Malche ist der Zimmer auch schon. Ah, okay, das ist der. Ähm. Ja, was ist denn hier jetzt los? Tagt der Jumpscares oder wie? Warum? Warum tut ihr das? Uns geht's nicht so gut grad. Alter. Ich glaube, wenn die noch einmal kommt, bin ich tot. Herzinfarkt. Und nicht nur der Typ hier, sondern ich auch. Hallo, ich möchte bitte... Kann ich bitte... Kann ich mich irgendwie ducken? Da. Das ist ja echt richtig eklig grad. Das kann doch nicht sein. Es sah so aus, als wäre da ein altes Segelschiff auf einem Riff an der Küste gelaufen. Hä? Okay, ich geh raus. Ich bin sowas von weg hier. Tschau. Ist mir... Voll egal. Ist mir tatsächlich ein Schiff? WTF? Ja, und jetzt? Ja, da komm ich ja nicht hin, ne? Nimm mich an. Nö. Nö. Können Sie... Aber lass mich raten, das hat wieder irgendwas im Haus jetzt verändert, dass ich hier raus bin. Soll ich hier raus, dass ich hier raus bin, dass ich hier raus bin. Das war's für heute. Ja, und nun Das wäre mal wieder toll einen Schlüssel zu finden Mein Hund ist wieder da Hier wäre doch alles verschlossen, oder? Ja, also... Was muss ich tun? Ich... Weiß es nicht Okay Aber ich konnte da gar nicht hin Oder kann ich da jetzt doch hin? Halt's Maul Hmm... Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Was ist das hier? Nee Hey Hey Doch das... Wie kommt denn bitte von da hinten hier ein Wrackteil hin? Muss ich nicht verstehen, oder? Ist hier noch mehr? Hm... Ich glaube nicht Okay Okay Ich bin 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 Ich bin